Willkommen zurück beim blauwandelnden Psycho-Trick mit Town of Light. Wir sind hier in unserer Zelle eingesperrt, nur mit einer Akte. Und mir scheint es, wir sind wieder in der Gegenwart. Wir haben gerade diesen Tuberkulose-Traum hinter uns und der Daus, was ist da los? Da war einer, der mich kaum untersuchte, der dann verdachte, mich zu kennen, zu verstehen, was mit mir passiert ist, und immer mein Leben entscheiden zu können. Du willst nichts wissen, okay. Jetzt können wir auch wieder raus hier. Also, theoretisch. Und wo sind wir jetzt? In dem Ding waren wir bisher noch nicht, oder? Wow, das ist jetzt aber noch mehr Ruine hier. Ich meine, so wie... Wow. Wo kann ich hier lang? Okay. Wo bin ich hier? In drei Teufels Namen, ey. Gibt es nochmal eine Funzel dabei? Keine Funzel, okay. Wir müssen uns so hier zurechtfinden. Wo sind wir jetzt? Heilter, ey. Total. Ist das jetzt das echte Volterra? Die echte Heilanstalt und so? So wie die echte? Vielleicht hätte ich, bevor ich hier über langlaufe, woanders langlaufen sollen. Also, so wie alles erkundenmäßig, aber... What? So viel anderes wäre da auch nicht gewesen. Vielleicht ist das doch gerade hier der Weg, den wir... Da geht es raus, oder nicht? Alter, fair Walter. Das ist ja hier... Okay, da scheint es nicht weiterzugehen. Gucken wir hier nochmal rein. Hier geht es aber auch nicht weiter. Hier ist Schluss mit lustig. Müssen wir doch da lang. Wahrscheinlich ist das jetzt komplett der falsche Weg. Und deswegen muss ich gleich nochmal komplett zurück. Juhu! Komme ich hier durch? Türmäßig? Nein. Okay, dann doch hier lang. Alles ist hier zerstört. Alles ist kaputt. Okay. Okay. So wie... Okay, da geht es nicht weiter lang. Wie jetzt das... Hier geht es nicht weiter? Oder was soll ich jetzt davon halten? Hä? Geht es doch nicht? Oh, Spiel. Mach ich doch nicht so fertig. No trespassing. Oder was soll ich jetzt... Soll mir das jetzt hier sagen? Kann ich da runter? Kann ich hier... Hier kann ich rein. Alter, ist dieses Spiel... Jetzt weiß ich... Das ist ja wirklich ein geisteskrankes Spiel. Aber sowas von ein geisteskrankes Spiel. Alter... Alter Vater, ey. Was ist das hier? Ton wieder... Projektor. René. Ach du Heiliger. Fröhlich lach. Nicht dieses Gelächter der Irren. Die lachen, wenn man sagt, dass sie verrückt sind. Ich weiß aber eigentlich gar nicht, warum sie loslachen. Sie sagen ja, dass ich auch verrückt bin. Aber ich muss nie lachen. Vor ner Zeit haben die Leute noch nicht gelacht. Aber wissen Sie... Die hatten ja recht. Man kann doch nicht immer nur weinen. Und dann lacht man eben, weil man Angst hat. Stimmt, oder? Dein Pech. Sowas passiert mir nicht. Zum Glück. Alles nur Gerede, um zu glauben, dass sie besser dran sind. Aber da braucht man sich beleidigt zu sein, weil das stimmt. Weil es ist, als ob sie Mitmeid hätten. Dann aber denkt man sich doch... Lacht und glaubt, dass man besser dran ist. Dass alles vorbeigeht. Dass das hier ein Drecksloch ist. Das hier ist ein einziges Drecksloch. Sie wollen doch nicht behaupten, dass es nicht stimmt, oder? Sie sind intelligent, gebildet. Nicht wie ich. Und wenn ich merke, dass es hier ein einziges Krieg ist, doch ist, dann haben sie es doch schon längst begriffen. Nein, stimmt nicht. Nein, nein, nein. Mir geht es gut hier, wissen Sie. Eigentlich kann ich hier machen und sagen, was ich will. Das war die erste Aufzeichnung. Und jetzt warten auf besseres Wetter. Ich hoffe, dass das Band zu Ende ist, um die zweite Aufzeichnung anhören zu können. Okay. Natürlich will ich das auch noch gerne anhören. Kann ich aber nicht. Na gut. Gehen wir mal weiter. Da geht es nicht weiter. Das nächste Gerät. Alter. Ist das psychedelisch. L-Projektore. Was sind drei Teufels Namen? Was sehe ich jetzt hier? Ich sehe sie, aber... So richtig zu sehen. Gibt es eigentlich nichts bei ihr. Und das was? Das war es. Okay. Also wir haben jetzt sie gesehen. Hier hängt eine Uhr. Das alte Pendeluhr. Was ist das jetzt? Ich habe... Ich verstehe nicht mehr, was hier los ist. Ich verstehe es nicht mehr. Alter, ey. Noch mehr Zeug. Medizin. Alter Fernseher. Was ist das? Das ist eine Kamera. Bewege ich mich hier gerade durch die Zeit? Ein Plattenspieler. Ein Plattenspieler. Okay. Ja. Noch ein Brief. Telegrammer. 28. August 1942. Mitteilung über den Tod von Ada T., Mutter von René T., einer Insassin ihrer Anstalt. Angehörige unbekannt. Hochachtungsvolk, Bonofrio P. Die Mutter ist tot. Für mich gibt es niemanden mehr. Die Einsamkeit ist eigenartig. Sie macht alles zum Gedämpft. So langsam. Ein Schrei ohne Ende und ohne Ton. Ein lautloser Schrei. Ich kann den Blick nicht mehr von mir abwenden. Ich werde hier nie mehr rauskommen. Da draußen gibt es niemanden mehr für mich. Diese Wände sind meine Haut geworden. Und die jämmerliche Verzweiflung hier drin ist meine stimmlose Seele. Hier weint niemand mehr. Wie gern würde ich etwas fühlen. Leben, Verzweiflung, Wut. Ich habe keine Träume, keine Tagträume und Gedanken mehr gehabt. Ich habe in einer Wirklichkeit gelebt, die mich innerlich zerfressen hat. Mir alles genommen hat. Auch die Fähigkeit, Schmerz zu fühlen. Da geht es nicht lang. Hier vielleicht. Oh Mann ey. Ich denke mal, oh das war es jetzt. Das ist jetzt hier Finale, aber irgendwie nicht. Irgendwie geht es dann immer noch weiter. Okay, hier mit dem Gerüst. Was ist das hier? Aber wieder noch ein Aufzug. Hallo Aufzug. Ich muss wieder Strom einschalten. Oder die Leiter hoch. Das kann auch sein. Die Leiter nehmen. Nein. Da hoch. Ja, da vorne muss ich hoch. Ich weiß zwar nicht, wo es dann hingeht, aber... Wer weiß das schon. Hm. Meine Güte. Was geht hier ab ey? Da ist dicht. Hier kann ich lang. Ah. ins Treppenhaus runter. Gottes Willen. Was geht hier ab? Was geht hier ab? Was geht denn hier ab? Ich habe keine Ahnung, was denn hier abgeht. Da geht es nicht lang. Hier geht es raus. Okay, kurz mal hier reinschauen. Ich gehe jetzt raus. Aber wir sind im Tuberkulose Haus. Oder wie soll ich das verstehen jetzt gerade? Wieso wird da jetzt reingekommen? Ist das das Tuberkulose Haus? Nee. Wo sind wir in drei Teufelsnamen? Geht es da raus? Ich will hier eigentlich nur noch raus. Das ist ja... Hier geht es aber nicht raus. Und jetzt? Ich will hier für immer gefangen. Hilfe gibt es nicht mehr. Ich habe jetzt auf den Ausgang gehofft, aber irgendwie nicht. What? Ich kann doch nicht schneller laufen oder so. Okay, noch mal eine Synopsis geht auch nicht mehr. Es geht gerade gar nichts mehr. Like, wow. Was ist das hier? Ich habe fast übersehen. War ich zu schnell? Habe ich den Fehler gemacht, nicht alles zu untersuchen? Kann doch nicht sein, aber ich bin doch gerade so langsam. Das ist so irritierend. So, ob ich was übersehen hätte. Ich gehe nochmal zur anderen Seite. Sonst müssen wir drinnen nochmal schauen, was da denn los ist. Ich habe das Gefühl, ich werde langsamer. Ich will doch nur hier raus. Ich will nur wissen, was hier los ist. Boah, jetzt weiß ich, wie sich Geisteskrankheit anfängt. Du bist einfach nur gefangen. Du bist einfach nur gefangen, ey. Hey, 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 hey. Die Tür geht auf. 2. Mai 143 Renes gesundheitlicher Zustand ist gut. Sie ist und spricht. Räumliche und zeitliche Orientierung in Ordnung. Kur abgesetzt. 3. Dezember Sie bittet berechtigterweise darum, die Heilanstalt verlastet zu werden. Beurteilung der Patientin dauert sechs Monate. 2. Mai 144 Entlassung verweigert, trotz Befürwortung des Psychiaters. Die Patientin verfügt weder über Wohnungen noch Unterhalt. 4. Mai Dass eine Entlassung unmöglich ist, wird er erklärt. René erfüllt so, dass ihre Mutter vor zwei Jahren gestorben ist. 5. Mai In der Nacht hat sie versucht, sich mit einem Laken zu verhängen. Sie wurde von einer Krankenschwester gefunden und konnte gerettet werden. Sie ist ein Bett festgeblieben, jedoch erneuter Suizidversuch durch ersticken. Es wurde eine Entscheidung getrunken. Transorbitale Lovotonie. Um Gottes Willen. Lobotomie. Heißt so viel wie mit einem... hier geht's rein. Nicht Lobotomie. Oh, Lobotomie ist so fies. Das heißt, René hat's nie hier raus geschafft. Und da haben wir Lobotomie-Raum. Jap. Hier haben wir Lobotomie-Raum. Ernsthaft... Hier ist nichts... Dieses... Ich hab mich vorhin schon mit meiner Freundin drüber unterhalten. Das ist hier wie Sucker Punch. Es gibt einen Film, der heißt Sucker Punch. In dem... Der hat... Im Nachhinein... Ja, es erinnert mich hundertprozentig an diesen Film. Ähnliches Setting. Nur etwas andere Geschichte. Und dann, ja... Helle. Hier geht's jetzt nicht weiter. Ist nichts mehr. Kein Ausweg. Das hier wär so das... Erste. Ich würd hier gerne raus. Kann ich aber nicht. Lobotomie. Kapitel 15 Die Hirnoperation oder Lobotomie verbreitete sich sehr schnell in Italien. Vielleicht früher noch als in anderen europäischen Ländern oder in den USA. Die ursprüngliche Technik von E-Armonies wurde perfektioniert. Innerhalb der Augenhülle wurde in den Schädel eingedrungen, um den Frontallappen zu erreichen, um anschließend mit einem Werkzeug durch Infidilformalin die Nervenfasern in dieser Region abzutöten. Im Gegensatz zu dem, was normalerweise angenommen wird, hatten die Eingriffe nicht immer negative Folgen für die Patienten, auch wenn dies sehr häufig vorkam. Monies erhielt 1949 den Nobelpreis für Medizin, da in den 50 Jahren das Medikament Chlor... Das geht zu schnell. Sie erklären quasi, was eine Lobotomie ist. Nämlich das Abtöten quasi... Oh, bitte nicht. Das darf ich live miterleben, wie ich lobotomiert werde. Ja, ich bin fast. Understand... So... Und dann... Ich will das eigentlich gar nicht sehen, eigentlich will ich das nicht sehen, aber. 10. Juni 1944. Die Operation ist gut verlaufen. Die Patientin ist ruhig, orientiert und bereitwillig. Bewegungskoordination gering, aber auf dem Weg der Besserung. 25. Oktober. Sie redet immer noch von Amara und ihrer Puppe Charlotte. Anzeichen für eine leichte Besserung der gestörten Bewegungskoordination. Das Gehen fällt ihr schwer. Sie kann aber schreiben. Laut Bericht der Krankenschwestern benötigt sie Hilfe beim Anziehen, Waschen und Essen. Im Sommer 1944 ist René in meiner Abteilung zurückgekehrt. Geringe Bewusstseinsklarheit. Sie ist gleichgültig und spricht kaum. Einmal hat sie gesagt, wenn ich den Mut habe, in den Spiegel zu sehen, sehe ich ein junges Gesicht, das alt geworden ist und mich ängstlich anschaut. Sie ist völlig verändert, wenn ich an das Mädchen denke, das ich vor einigen Jahren bei mir in Behandlung hatte. Nur die Traurigkeit ihres Blickes und ihre Intelligenz sind unverändert geblieben. Sie ist noch so jung, er ist 23, aber sie hat keine Lebenskraft mehr. Kann es sein, dass sich ihr Zustand bessert? Wohl er nicht. Man hat ihr Leben einfach weggeworfen. Und niemand hat etwas getan, um ihr zu helfen. All dies zu verhindern. Musik Musik Untertitelung des ZDF, 2020 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 Einfach wow Einfach wow Einfach nur wow Dieses Spiel macht mich fertig Ja, das war The Town of Light Ein wunderschönes, aber auch absolut grausames Spiel Ich kann nur sagen, vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt Vielen Dank, dass ihr das, ja, dieses Spiel mit mir erlebt habt Und ich weiß noch nicht, was ich jetzt, ich weiß nicht, was ich sagen soll Ich bin jetzt fertig Ich kann nur noch sagen, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen Würde mich freuen, wenn ihr auch bei weiteren Projekten von mir reinschaut Und dann wird es dort hoffentlich wiedersehen Hat mich gefreut, dass ihr eingeschaltet habt Würde mich freuen, wenn ihr auch bei anderen Projekten wieder reinschaltet Bis dahin, ciao